Wie sind die Cams angebriert? Scheiß, ich brauche besser, ich muss mich nächstes Mal, ich verstecke mich am Klo, glaube ich. Ich glaube, ich renne zu einem Klo. Detektiv. Detektiv, ich sehe ihn als Imposter, ist für mich einfach rude. Ah doch, bei Download seine Dinge ins Hinstellen verstehe ich. Ich darf mir sogar aussuchen, wo ich uploade, oder? Das ist aber wild. Das ist die Blutspur, okay, die sehe ich jetzt natürlich nicht mehr. Okay, dann mache ich den Chat wieder an, weil das mich als erstes erwischt hat. Moment, dann ist das aber eine Fake-Divi gewesen, dann war das nicht Divi. Ich finde es aber geil, dass man den Disguise-Killer sieht. Divi kann das nicht gewesen sein. Der war das. Oder der. Scheiße. Moment, ist es jetzt Items oder Wex? Das finde ich gleich heraus. Scheiße, beide wieder weg. Beide wieder weg. Es sind Gipi und Items oder Wex? Was mit den... Ich bin back im Game. Ich bin back im Game. zwei leichen bei comms und holler bevor du erstrickst ich bin blammer deswegen bin ich vor dir gewendet ich habe es auch von mir gewendet ist wirklich chillig zwei leichen direkt dann kommst ich war gerade ich gehe mit dem cockpit ja also ich kann auf jeden fall holler als killer ausschließen weil wenn zwei leichen dort liegen mussten dass beide killer seien die in der wicke gemacht haben haben sich gerade verraten weil die beide im cockpit stehen nehmen wir haben das wir haben es einfach ist gemacht sofort gegangen und haben die taste also wir haben wir haben das schon eine ganze weile dass wir dann vorbeigelaufen also ich bin gerade im wort und also wächst auch hundertprozentig wächst das auch hundertprozentig gesehen dass pink neben mir steht gerade ich das raumschiff ich verstehe du musst du musst erst mal die pedale beziehungsweise das lenkrad in die umrandung des lenkrads führen und danach links den schubbalken auf den pfeil ausrichten ich darf übersehen viele leute gerade spiel mit leg kann ich das also es war definitiv ein double kill und holler wäre nicht hingekommen ich bin sogar gewendet also vorher weg gewendet aber wo sind die anderen wo sind denn überhaupt alle beide in communications also da wo gerade eben doch ja wo gerade die sabotage zu lösen wäre trotzdem entweder sind das weg so der gipi oder katze plus noch jemand anderes weil vier von uns stehen gerade im archiv wer steht da warte mal vier von euch stehen im archiv holler und ich war gerade im archiv da war niemand da sind also vier also ich bin gerade mit drei leuten rund von von launch cargo bay so gesehen rüber zu records gelaufen ich glaube es jetzt der decoy aufgestellt und das mitgezählt maxi sieht öfters so holler und ich stand gerade wirklich ungelogen kurz bevor ich die leichen gefunden habe noch oben ich bin rüber gewendet also die schnellsten weg wie es möglich ist hast du dann wie ein raushausten soll deswegen maxi score selbst wenn wir es halt grau gewesen das ist das problem aber ich habe auch keine person dort gesehen kann keiner bestätigen wir waren ja zu dritt vier wie wie mache ich das wie also es sind gipi und vex aber wie sage ich den leuten das ich kann button drücken darf halt nur nicht sagen es könnte aber dann schon mal den den kreis ein also es könnte schon mal stark eingehen kann aber natürlich auch als lüge ich muss ich muss das irgendwer ist denn wen könnte ich das denn du du wer ist der typ der sich da als mich verkleidet dalu nein dalu ist steht neben mir deswegen aber woher weißt du weil ich dann in der ersten runde wiederbelebt und ich wusste nicht ob ich das sagen aber ich wollte gerade sagen also wir haben jetzt gerade noch mal kommt gefixt das waren alle grau wie konnten wächst und gibt die 100 prozent sicher sein dass sie ja waren die ganze zeit weil sie gesagt haben sie stehen da schon die gesamte zeit schon seit 20 sekunden da und versuche dieses lenker zu machen das habe ich dir eben gesagt und wächst schon so lange da in diesem raum ich habe es nicht ich habe bis jetzt ich jetzt von dieser ich möchte noch was sagen maxi ist mir ultra komisch gefolgt und ich habe mich nicht einfach direkt ich bin kurz gekommen gegangen bin hochgegangen zum knopf dein movement war echt ein bisschen komisch alles klar juli wirklich klang war kippie war auch da maxi wird auch nie bestätigt das heißt da du bist es auch nicht das ist schon mal vier raus ich bin auch aus judy weg stevie und max also ich bin gerade hollert hier gelaufen dass ich ihn wiederbelebt habe also also du hast ich habe dann wieder ich sag euch auch warum maxi wird immer irgendwie komischerweise nicht gesehen von anderen obwohl er behauptet wo zu sein jetzt hat er komisch und jetzt wählt er instant mich und mir der zweite imposter steht gerade vor da und mir als mich verkleidet dann beschuldet man den movement also items keine geschichte erzählen das machen wir ich kann jemanden raus worten oder nicht nein also es muss theoretisch irgendjemand auf der linken seite oder maxi sein also einer von den drei leuten auf der linken seite unten ist derjenige der verkleidet vor mir steht ich versuche es noch mal ich versuche es noch mal ja ich versuche es ausdruckstanz ja mach ich doch schon ich gebe dir doch den ausdruckstanz aber wo bist du gespawnt okay ist nicht hier gespawnt wo bist du da läuft leider ich bin ja noch zu glück detective hola 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 ich glaube ich habe einen tipp und zwar wurde mir gerade ein v gezeigt von danu und ich denke dass es wechs ist ja aber in dem zusammenhang muss es wechs und gipi sein das müssen beide killer sein dann double kill uncommunications kann nur stattgefunden haben wenn beide killer dort waren das müssen ja drei krebs ein alibi wechs ist es halt auf es ist halt safe also das ansonsten sind maxi gemütet gewesen sorry ich habe mich ja verteidigt erstmal will ich anmerken dass die wie ebenfalls ein v in ihrem namen hat maxi ja aber nicht am anfang und da du sehr viel list bild könnte man auch das f verstehen von items von feine katze von back ganz kurz ganz kurz du sagst gerade weil er ein v mit dem körper tanzt könnte auch ein f mein weil er alle ich glaube ihr seid sehr freigedommen gegenüber leuten die nicht auf der baumschule waren ich fand auch schön wie weg sich gefreut hat das juni und ich also wer sich gegenseitig gewollt hat letztendlich deswegen das war auch so für mich so alles klar ok wechs gewesen sein der gerade ist maxi und julian bis ihm geblieft julie ist tot ja auch gerade umgebracht ich habe es umgebracht und wo ist julie und ein medical würde derjenige ja sagen dass er dokter ist also ich deswegen schließe ich divi halt aus weil divi hat da nun wiederbelebt aber holla brauchst du die leiche gefunden ne du hast den knopf gedrückt ne genau auf den knopf gedrückt alles gut ich schwöre bei euch das oder mehrschmeinchen wenn das ein play von holla und daloo ist ne dass die sich koordiniert haben dass daloo nicht mehr redet aber die beiden böse sind ne ne dann beiß ich euch beiden in die nase ne jetzt sag sowas doch nicht ne ich bin schon sieben leute eigentlich sollten wir nicht voten aber die person die tot war hat einen killer identifiziert selbst wenn finde ich das ist also dann kann man auch reden als tot ihr habt trotzdem geworstet weiß ich nicht naja Gipi hatte genug Zeit also die hätten ja genug Zeit gehabt mich nochmal zu töten also sie wissen ja dass ich wiederbelebt wurde sie wussten ja wen sie gekillt haben und ich hab ne ganze runde überlebt also sie können mich halt einfach nochmal killen und du musst natürlich erstmal wen finden der inno ist was man aber machen könnte ist äh geister haben crewmate vision einzustellen das wäre ganz smart glaube ich was das angeht aber eigentlich hat Gipi sich damit schon verraten weil er äh sich darüber so aufregt also in dem fall haben sie es jetzt einfach nicht smart gespielt warum lassen sie mich leben also warum warum lassen sie mich einfach die ganze Zeit hier rumlaufen oh einer gewendet oh nein oder einfach einen Hebel ziehen also erstmal ohne zu reden die Impostor zu finden das einem mit zu teilen und dann das auch noch so zu überleben das dauert schon also da muss man halt ein bisschen drauf also muss halt schon agieren wenn man reden kann wäre es zu krass dann wäre die runde direkt vorbei gewesen dann hätten dann hätten die wie und ich einen freifahrtschein gehabt bis zum ende aber wir hätten nicht sterben dürfen weil die Impostor uns ja noch beleidigen also verdächtigen müssen und wenn einer von uns beiden gestorben wäre wäre der andere dann müsste man wieder auf Sheriff spielen das ist alles so kompliziert ich fand es so eigentlich ganz witzig schade dass Gippie das wieder nicht so witzig fand aber ist natürlich nicht schlimm ich schreibe Gippies Namen jetzt einfach mal nicht und gucke ob sie da drauf kommen ich darf ja auch nicht voten also ich habe ja auch einfach keine Voting Stimme bei sechs Leuten wenn ich dabei bin wird schon knapp und man müsste natürlich auch die Leiche wegschaffen könnte man wenn es nicht verbuggt wäre wenn es verbuggt war bei mir kann aber daran gelegen haben dass ich als Kunran verkleidet war als ich den Kill gemacht habe und es deswegen nicht meine Leiche war und man nur seine eigenen Leichen wegschieben kann ist eine schwierige Rolle ich bin wiederbelebt oh ich finde wiederbeleben sehr sehr schwer okay das war knapp genug jetzt zum Beispiel müssen die Impostor das ohne mich machen ja äh die Crew es lebt der vermeintlich wiederbelebte ja der ja offensichtlich richtig sein muss beziehungsweise oder er hat seinen Maid rausgeschossen äh rausgeschossen es gibt denjenigen der sich darüber beschwert hat dass wir was ich dir auch übrigens recht geben muss Gippie wir müssen nur gucken für was wir den Doktor dann verwenden müssen oder können wenn wir jetzt weil der weil der wiederbelebte halt sonst wirklich keinerlei macht hat ähm außer dass er theoretisch abnimmt ja also also wenn jetzt nur noch ihr beide lebt können Impostor überhaupt irgendwie sterben äh ich kann sagen ich kann sagen warum ich es nicht gemacht habe ich kann also ich sage warum ich es nicht gemacht wir waren acht leute wir hätten niemanden kicken müssen ähm und meiner meinung nach war das eigentlich also hätte man es nicht machen müssen weil es hat gleichzusetzen betreten ist für mich ich verstehe das ja also man gibt ja einen eindeutigen Hinweis auf den Killer es ist jetzt es ist kein Flame oder sonst was ich möchte nur also weißt du was ich meine wenn wir sagen man darf keinen nicht reden dann sollte man auch keinen Hinweis auf den Killer aber wofür soll man denn dann jemanden wiederbeleben ja deswegen wir müssen uns überlegen was die Rolle an und für sich dann zu tun hat ich kann die einfach erstmal die Runde da zu Ende machen und das nach der Runde klären das schaffen die nie das können die das ist schon immer ein Problem auch bei anderen Spielen sowas musst du doch einfach nach der Runde klären und nicht in der Runde die einzigen zwei Leute die sich ein Alibi gegeben haben waren Wex und Gippie Wex war rausgevotet safen Imposter also nur so gewiss an oder du machst gar nichts ich hab always ausgemacht ohne zu reden gewonnen hab die ganze Runde nicht einmal was gesagt krass gespielte Imposter Runde von dir ganz krass also jetzt darf ich aber erst wieder reden ich finde man sollte sich angewöhnen solche Sachen nicht immer während der Runde zu flamen sondern nach der Runde aber ihr wusstet dass ich wiederbelebt wurde weil einer von euch mich gekillt habt ihr habt mich ewig leben lassen ich muss A erstmal den Leuten klar machen dass ich tot bin oder war das hat ein ganzes Meeting gedauert also ich werde eine ganze Runde noch ohne zu reden und ihr habt mich einfach warum killt ihr mich nicht nochmal? also und ich hab dich nicht gesehen und du musst natürlich auch erstmal wen finden der Crewmate ist gecheckt hat dass ich tot war und dann auch noch die Info aufnimmt also das sind Faktoren in der Zeit hätte ich schon lange tot sein müssen oh Agent boah ich kriege ja jetzt jedesmal eine andere Rolle ich kann genau ich kann Vitals Radar ich kann einfach alles checken aber ich muss trotzdem meine Tasks machen ne jetzt will ich mal kurz testen ob ich hier einen Killermove machen kann wenn ich mich jetzt oben wenn ich jetzt nicht wieder als erstes sterbe obwohl ich bin gerade zwar als erstes gestorben aber ich war als letztes im Game so hier oben ist keiner richtig? ja warte das mach ich aber eben neun hier neun ah scheiße jetzt ist hier einer mach ich? fuck ich mach Cams an ist das hier oben? ich bin in Cams ich bin in Cams ich bin in Cams ich bin in Cams ich versteck mich mit meinen Kameras wo guckt keiner rein? in das hier Lila ist tot ah ja oh hier ist noch eine mach mal wieder Ola ich hab hier gerade zu tun ok Lila ist tot wo denn? Bibi was machst du denn da immer noch? man wandelt sich zurück? ja scheiße aha ihr nimmts was war denn da oben? komm auf ah nur Lila ist tot aha zwei Meeting Rooms hm 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 ähm oh ich weiß dass ich jetzt Stitches bekomme aber Kundran ja oh no du hattest gerade eben ein Trugbild unten vor der Leiter stehen ja was für ein Trugbild oh oh jetzt kommt der Konter ich bin gespannt was hat er schon was hat er schon gesagt das Trugbild nur der Trickster oder böse können und der Trickster hat eine kleinere Chance warum verrätst du jetzt die Lösen dass ich Trickster bin? oh welche Task hast du denn wo gemacht? ich habe oben sowohl Müll als auch ähm Bio-Code eingeben gemacht hm dann habe ich Kabel die Runde schon gemacht ich habe schon Download gemacht ich habe die Pistolen einsortiert aber ist der Trickster nicht so dass er sich zurück teleportiert an die Stelle wo er das ausgelöst hat nach der ja ich dachte vielleicht kann man ja ich dachte vielleicht kann man kann man die Zahlen ähm also kann man die Quests oben relativ schnell genug machen hm noch eine Frage aber die Leiche beziehungsweise dein Trugbild ist aufgelöst als ich noch daneben stand und dann bist du oben gewesen ne das ist das ist richtig man kann sich zurück teleportieren achso genau ok ähm und zwar Holla was bist denn du mit Rolle ich bin Crewman wieso naja ich hab dich wenden sehen oh mein Gott hier hat jeder gewendet hat wie willst du mich jetzt wenden sehen ich weiß nicht ja ich hab dich gesehen du wirst mich wenden sehen mhm unter den Duschen ich war in den Duschen Handtücher außen und dann warst du im Wend weg ich konnte leider noch nicht arbeiten ich war auf dem Klo du bist die ganze Dusche und wenn du nach oben gegangen wärst ich hab dich in die Dusche reinlaufen sehen wenn du nach oben gegangen wärst hättst du gesehen wie ich die Handtücher einsehe ich brauch noch eine wichtige Info hat jemand Nephi als letztes gesehen ich hab aber oben geguckt hab ihn nicht gesehen ich hab Gipi gesehen Nephi war tot bevor ich auf Toilette gegangen bin was wo Nephi war tot bevor ich auf Toilette ging auf welcher Toilette war's auf der dritten auf der Leiche wahrscheinlich ich hab Gipi und Divi sehr lange an Camps gesehen Max wo hast du mich gesehen ich hab dich in der Küche gesehen du hast mich noch in meinen Burger vorbeigelaufen hast du nicht eine Task gemacht wie hast du mich denn da gesehen weil ich gar nicht fertig wurde damit ich brauch ein neues Versteck ich hab ein Double Team Burger gemacht ich hab ein neues Versteck aber ich muss auch mal wieder eine Task machen ich hol die Fotos wieder ab okay ich hol die Fotos raus jetzt arbeite ich wieder ein klein bisschen aber dann mach ich noch mal Mittagspause so eine kleine Pause kann man ja wohl einlegen extra oder wenn man hier wie hat man das auf der Arbeit immer gemacht irgendwo im Lager im Lager ein bisschen versteckt oder so ich geh einfach draußen ne ja Raucherpause ne wer kennt's nicht hier ah ah was guck was sieht man hier so aha mh ja ist wer tot nein ich check Camps wegs kam von unten links könnte Upload gemacht haben wer war das wer war das aha 3 in Electrical jetzt wird's wild 3 Electrical 3 Cargo 2 Records die sind beide runter gegangen Cargo ich guck nochmal rein oh scheiße ich bin ich bin ah ich bin hilflos alles ist kaputt nein mag sie erstmal verwirren grünes tot hier oder da ich habe eine Leiche gefunden er ist während comms gestorben 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 oben rechts zu dem Zeitpunkt des Mordes waren drei Leute im Cargo ok Cargo ist rechts da wo man drei Leute waren zu dem Zeitpunkt des Mordes in Cargo drei in Electrical und zwei von Records runter gegangen in die Dusche warte ich war ich war in der Mitte er hat die Tür geöffnet und jemand war bei mir ist dann wieder weggelaufen weil er Angst hatte dass man ihn verziehen oder sowas drei Leute in Electrical safe? ja safe ist Electrical auch automatisch auf dem Admin Table ähm der Security Bereich? ne 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 in Security war Maxi ne Moment 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 was hast du Holla was hast du? ich war in Electrical mit wem? mit mir? nicht am Ende dein Call darf nicht am Ende sein Dalu sie die Sachen in Echtzeit bedeutet wir da standen jetzt eine halbe Ewigkeit rechts von Security nicht mehr in Electrical ne also ich habe jetzt Judy gefunden und vor 10 Sekunden etwa war ich also es wurde der Mord begangen und dann ging comms an wahrscheinlich oder genau andersrum aber das war so zeitgleich in der Richtung kann es passieren hatte ich mir Linke wegs ausschließen hat er doch sowas so? in der Richtung kann es passieren hat er doch sowas angegangen während dessen wir an der Mülltonne waren neben den Camps beziehungsweise neben Electrical rechts da war auch Divi und Holla und ich am Ende war Maxi an den Camps ist das korrekt? genau am Ende war ich an den Camps äh ne stimmt Electrical bin ich mit Kundran reingelaufen Moment du standst hier Maxi warst du nie an dem warst du nie an dem Kamerabildschirm die Runde doch doch einmal kurz ganz kurz war ich einmal da hab ich gesehen und dann bin ich halt mit Kundran weiter gelaufen ja stimmt also ist unser Dream Team wieder unterwegs wo ist denn wo ist denn der wo ist denn die Leiche? in Cargo im Lager ganz rechts da kam ich lang drei Leute waren da drin als der Mord begangen wurde ey ich finde einfach keine Leichen ist so schade ich hab wieder ein Päuschen gemacht und hab mir die Kameras angeguckt natürlich ich war in Cargo vorhin auf jeden Fall und habe da den Save gemacht der Mörder wird einen Fehler machen ich werde dich erwischen ich werde mich wieder irgendwo verstecken und dann gucke ich wo ihr seid ich schau nachher in die zweite Klo Kabine von links wenn du da nicht bist bin ich enttäuscht ey nein nicht ins Klo schauen ich mach erstmal wieder ein bisschen eine Task ich bin so sauber ok ok wo verstecke ich mich wo verstecke ich mich wir haben versteckt wir haben versteckt wo guckt kein Imposter hin und kann er hier hingucken ich weiß es nicht aber ich werde es versuchen bisschen ein bisschen oh scheiße doch er kann safe da hingucken weil ich ja auch da hingucken kann scheiße ah ah wo verstecke ich mich ich verstecke mich in Combs ah ne da sieht man ich gehe wieder angetäuscht zack zack und ah ah da ist ja schon weh ah jajajajaj äh schon mal Vitals checken ok alles gut ich brauche in jede Runde neues Versteck oh Ist auch scheiße ist auch scheiße aai 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 wer ist der Mörder Hier wurde schon Mord begangen. Hier wird nicht noch einer gucken. Ah, Wechs. Ah! Holla hat mich gefunden. So eine witzige Rolle. Scheiße, aber ist es wirklich Holla? Das weiß man ja auch nicht. Kann ja auch wieder wer anderes sein. I.T.E.B.S. Ich bin tot. Ich bin tot. Ihr Schweine. Ihr habt das... Da hat er sich vor den Vault gestellt. Also vor den Tresoren. Nicht auch vor den Vault, aber Tresor heißt auch Walter. Nee, letzte Runde waren drei tot. Letzte Runde waren drei tot. Nefi hat es angefangen. Dann hat es mit Juli weitergemacht. Und jetzt hat es mit Kundran Dalu weitergemacht. Wo hast du Dalu gefunden? Direkt am Tresor. Da kamen gerade zwei Leute entgegen. Und zwar Holla und Divi. Divi war gerade unten in der Echtikir. Ja, ja, Divi kam von unten. Holla kam von rechts. Also Divi kann aber die Kills nicht gemacht haben. Du meinst die beiden Personen, die ich saveclean kann für den Vaultkill. Also wo jemand in Cargo getötet hat. Achso, jetzt haben sie ich. Weißt du, was das komische ist? Was ich jetzt gerade sehr, sehr komisch finde. Was denn? Wex hat eben den Burger gemacht. Und jetzt hat er nochmal was da gemacht. Und ist mir hinterhergelaufen. So ganz, ganz wie jetzt. Ja, weil ich dich sehr gut finde. Ich glaube, er hatte noch Killcooldown und hat mich deswegen nicht gekillt. Okay, das Ding ist, ich bin der God the Medic und ich finde keine Leichen, ja? Ich bin arbeitslos. Also Wex, du findest keine Leichen? Ja, musst du dir. Hör auf, irgendwo alles zu killen. Killt bei mir. Wex, wo stehst du jetzt gerade? Gerade bin ich aus der Echtikir rausgelaufen. Wo? Ich habe vergessen, wo ich bin. Weil ich nirgendwo bin. Ich treffe immer nur eine Person. Ich bin rechts. Du kannst aber aus der Echtikir da rein? Ja, nicht im echten Leben. Ich bin im Spiel rechts. Aber ich habe dich, wie bist du da hingekommen? Wie war der Laufweg, um in der Echtikir reinzukommen? Wir müssen voten. Ja, ich wollte gerade sagen. 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 Aber es kann auch einfach Wex verplantheit sein. Nee, okay. Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Waxi und Holla, würde ich sagen. Aber ich vertraue Eitelbezüge mal. Nee, ihr habt für mich eigentlich eine Save-Task gemacht. Items hätte jetzt nicht reported, wenn er nicht der... Holla, Holla hätte mich längst gekillt. Ich war so aggressiv dabei, ihr hinterherzulaufen. Ja, also items sind ziemlich viel zusammengekommen. Gib du und Divi waren doch eigentlich schon oben, oder nicht? Ich habe da oben eine Task gemacht und dann stand ich da oben jetzt wieder. So, wenn ich rauskomme. Wie ich der einzig unschuldige in der Runde bin. Das liegt an den Koller Augen der Katze. Alter, hat ich's los. Wieso Gippie? Holla. Wieso Gippie? Holla. Ich dachte, wir boten alle Holla. Gippie wird es nicht sein. Äh, Gippie wird es nicht sein. Wichs wächst? Ja, aber das spricht sich die Crew nicht ab. Da spricht die Crew nicht zusammen. Ähm, aber interessant, dass Gippie zwei Votes bekommen hatte. Warum, warum, wie kam der Vote... Wie haben die Imposter sich untereinander gesagt, dass es Gippie ist? Oder hat gar kein... Oder... Kann es vielleicht sogar sein, dass... Äh... Es kann vielleicht sogar sein... Oh, hier... Ist das die... Ne, das ist hier nicht... Das zwei Crew-Mates? Ne, ein Crew-Mate, ein Imposter wird Gippie gewolltet haben. Gippie wird es nicht sein. Gippie hat zumindest für mich 50% den richtigen Riecher gehabt. Vielleicht 100. Aber jetzt kommt auch keiner auf die Idee, den Button zu drücken. Weil ein Button hat Kürzungs-Fooldown als Killen. Holla und Max. Oh mein Gott. Oh hier. Outfit-Win. Wow. Oh, na wohl.